Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es auf die Jagd und zwar nach der Atago Black aus den Black Friday 2020 Containern. Wir versuchen hier das Schiff zu ziehen. Rechts nochmal die Drop-Wahrscheinlichkeiten des Schiffes bzw. aller Inhalte des Containers eingeblendet. Wir haben ja schon mal ein paar Black Friday Container geöffnet. Dort leider kein Glück gehabt, deswegen habe ich mich entschieden, dass wir vielleicht hier nochmal so ein kleines Jagd auf die Atago Black Format machen werden. Ich werde hier bis zu 10 Container ziehen und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht dort auch mehrere Parts machen, je nachdem wie viel Glück wir haben. Ich werde auf jeden Fall nicht versuchen, zwangsweise das Schiff zu ziehen. Also bei der Drop-Wahrscheinlichkeit hier 0,5% ist es natürlich schon sehr, sehr glücksabhängig. Aber ich kann halt auch viele andere Sachen aus dem Container noch sehr gut gebrauchen. Die Tarnungen für permanente Tarnungen. Globale EP ist immer nice. Außerdem natürlich Beförderungsbefehle, Auszeichnung, Abzeichen für meine Kapitäne zum Leveln. Da brauche ich noch einiges. Und auch die Dublonen ist natürlich immer ein Gewinn, wenn man dort was rausziehen sollte. Und ich würde sagen, wir quatschen auch nicht lange. Wir öffnen jetzt hier die Container. Container Nummer 1. Drückt uns die Daumen. Was haben wir hier? Ein Abzeichen gezogen. Das ist natürlich schon richtig, richtig geil. Abzeichen ja sehr, sehr teuer. Ich glaube, 2500 Dublonen kostet ein Abzeichen im Normalpreis am Store. Also das ist natürlich hier super. Abzeichen ist immer eine geile Sache. Container Nummer 2 wird geöffnet. Was haben wir hier? Auszeichnung. Auch nicht schlecht. Wenn wir uns echt nicht beschweren. Container Nummer 3. Und was haben wir hier? Im dritten Container hier 1,5 Millionen Kreditpunkte. Ich habe halt oben einiges an Kreditpunkten. Das ist halt das, was ich so am wenigsten ziehen möchte. Genau wie Premium Tage. Wobei, das kommt natürlich darauf an, wenn ihr Kreditpunkte braucht und auch Premium Tage, dann sind die Container natürlich wirklich für euch nur ein purer Gewinn, weil es halt wirklich geile Inhalte gibt. Aber das ist für mich so ein bisschen, was ich ungern ziehen möchte. Aber schauen wir mal, was gibt es hier? Nochmal eine Auszeichnung aus unserem vierten Container. Container Nummer 5 wird hier geöffnet. Was haben wir hier? Nochmal Kreditpunkte. Muss nicht sein. Container Nummer 6 gibt uns hier nochmal was Geiles. Und was haben wir hier? Kreditpunkte. Das gibt es doch nicht. Sechs Container geöffnet. Dreimal Kreditpunkte. Schauen wir mal, was der siebte Container uns hier für ein Glück bringt. Was haben wir hier? Sag mal, was ist denn hier los, Leute? Ei, 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 ei. Wir haben auf jeden Fall richtig Pech, würde ich schon fast sagen. Container Nummer 8 hier. Drückt uns nochmal die Daumen. Was haben wir hier? Beförderungsbefehle. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit hier. Beförderungsbefehle sind nie verkehrt. Container Nummer 9. Vorletzter Container auf jeden Fall hier für das Opening. Und es gibt nochmal Kreditpunkte, Leute. Da sind wir wirklich sehr, sehr anlucky. Ich glaube, Kreditpunkte waren 15% Wahrscheinlichkeit. Also, dass wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, viermal oder fünfmal in den neuen Containern die Kreditpunkte gezogen haben, ist wirklich sehr unglücklich. Und Container Nummer 10. Der letzte auf jeden Fall für dieses Video. Egal, ob wir die Atago Black ziehen oder nicht. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir sie nicht ziehen, nochmal einen zweiten Teil ranhängen. Drückt uns die Daumen. Container Nummer 10. Und was haben wir drin? Eine Austechnung nochmal. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Leider kein Glück gehabt und nicht die Atago Black hier gezogen. Denn das soll es auch für das Opening gewesen sein. Ja, ich würde schon sagen, diesmal waren wir ein bisschen unglücklich. Einfach viel zu häufig die Kreditpunkte gezogen. Das kann man natürlich irgendwie immer noch gebrauchen. Weil man kann die Kreditpunkte ja auch wöchentlich für Tarnungen eintauschen. Oder auch Kapitänskisten. Oder auch Booster. Aber da hätte ich mir natürlich doch andere Sachen gewünscht. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen hier der erste Teil. Es wird auf jeden Fall mindestens noch einen zweiten Teil geben, wo wir versuchen, die Atago Black zu ziehen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.